Hallo Leute, ja wir müssen mit dem Wasser noch gucken, dass das hier klappt. Der Mordrak hatte da mir ganz viel geschrieben. Da müssen wir mal gucken, dass der Flaschenentleerer auch auf Abfüllung, nur beim Aufräumen, ne das war nicht vergeschmissen. Wasser soll da rein, ist klar, aber irgendwo hat er da geschrieben, Autoabfüllung aus. Ja, dann muss die an, ne? Aber wo geht das? Hier unten? Da ist es. Jetzt passt's. Gut, und dann müssen wir noch gucken, dass wir eine Wassereinnahmestelle als Handpumpe haben und dann kann das auch erst funktionieren, glaube ich. Das hatte Mordrak auf jeden Fall auch geschrieben. Dann würde ich sagen, guckt ihr das Logo und danach geht's weiter. So, Handpumpe haben wir definitiv nicht mehr hier. Die war mal zuletzt hier oben irgendwo, ne? Ja, dann müssen wir mal gucken, dass wir jetzt eine kriegen und die muss auch noch irgendwie sinnigerweise hier passend stehen, ne? Aber das sollte ja nicht so das Problem sein. Äh, ne, nicht da, sondern Sanitär. Handpumpe. Ja, machen wir sie da hin, das reicht erst mal, glaube ich. Dann mach die mal auf Prio 9. Ich hoffe, die kommen da auch hin. Sieht aber gut aus eigentlich, oder? Ja, da muss man schauen, dass man das hinkriegt irgendwie. Ja, mit dem Wasser ist nicht so toll, ne? Dann müssen wir mal gucken, dass wir das noch optimiert kriegen, wahrscheinlich. So, und hier diese Pumpe, Flüssigkeiten, Wasser und Gebäude deaktiviert, Gebäude aktiviert, Autofüllen aktiv. Jetzt müsste es klappen, oder? Da müssen wir nur gucken, dass die Pumpe gebaut wird. Oh, da sind wir schon vorbei. Da rechts war sie. Okay, das dauert noch eine Weile, wahrscheinlich. Und ein Aussetzer muss hier sein, hat der Modrak geschrieben, dann nehmen die das da auch raus. So sieht's aus. Pufflet-Eye. Und hier, wer wird hier ausgesetzt? Puffs und Pufflets, okay. Achso, andere auch, okay. Ah. Ja, da müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Aber da ist ja, keine Ahnung, die werden ja gebrütet noch. Müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen. Hier haben wir so einen schicken Prinz, ne? Ja. Kompaktpuff, ne, Kompaktpuff. Ha, ich hab gedacht, wir hätten da noch gar nicht. Auf jeden Fall sieht das ganz gut da aus, ne? So, dann schauen wir mal weiter. Forschung können wir gar nicht mehr. Okay, schauen wir mal schnell in die Forschung rein. Was können wir denn da machen? Das war hier ein Minenroboter. Jetzt regnet es hier gerade ziemlich doll. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Und da ist die Forschung noch zu Gange. So, dann, äh, warum steht da... Achso, Forschung war zwar an, aber da war nicht das Passende da. Nämlich Wasser zum Beispiel, wie Mordorok geschrieben hat. Das könnte zum Problem werden. So, hier ist die Pumpe an. Jetzt müssen wir schnell drauf achten, dass, wenn die hier Wasser reinschütten... ...wass wir das hinkriegen, ne? Wo ist das Wasser jetzt hier? Da kommt jemand... ...und holt wahrscheinlich Wasser, oder? 200 Kilogramm Wasser geholt. Cool. Ja, schauen wir mal, ne? Hier läuft's erstmal, ne? Die Maske wird wieder hingegangen. Sauerstoff fehlt da wohl. Aber wir haben genug Masken da hängen. Das sollte eigentlich erstmal alles funktionieren. Hier unten wird mit dem Wasser spazieren gegangen. Und ich hoffe in die richtige Richtung. Aber das sieht ja erstmal gut aus. Woanders geht's hier ja gar nicht mehr hin. Und dann müssen wir gleich hier... ...den wieder deaktivieren, ne? So. Äh. Jetzt können wir erstmal das Gebäude auch deaktivieren. Nicht, dass da einer auf die krummen Gedanken kommt, ne? Aber das sieht doch erstmal gut aus, oder? Hier am Rand fehlt zwar was, und da fehlt auch was. Müssen wir nur noch wissen, wie viel das ist. Wasser. Ein paar Kilogramm. Aber das Wasser ist komplett überall. Das reicht dann erstmal. Da kommt sauberes Wasser rein. Und das muss noch einer holen, ne? Ja, schauen wir mal. Wo kommt die Person her? Hier muss sie herlaufen, ne? Mal gucken, ob das hier auch so klappt. Hat schon einer Wasser geholt? Ah, da läuft einer und holt Wasser. Das ist ein bisschen mehr Wasser. Das ist also nicht salzig, sondern die Menge ist größer. Schauen wir mal. Hier lang, hier lang. Könnte von da unten oder da kommen. Muss also hier lang, glaube ich. Kommt hier durch die Schleusen, okay. Ich sehe nicht den zweiten, der da jetzt was machen soll. Wo ist die Wasserflasche geblieben dann? Ah, da kommt sie, oder? Ah, jetzt gibt es Wasser hierfür auch, okay. Und dann ist schon alle. Hat doch kein Wasser dabei, oder? Schleim aufgenommen, okay. Da hinten kann man jetzt auch rumgehen, sehr gut. Dann gibt es natürlich nasse Füße. So. Wer holt denn das Wasser jetzt für den zweiten Bereich? Okay, da wird gereinigt. Wann kommt das zweite Wasser her an? Passend eingestellt ist es da, oder? An, ja. Habe ich es deaktiviert gehabt? Kann das sein? Ich glaube, ich habe es deaktiviert gehabt. Ja. Wenn hier deaktiviert steht, ist es aktiv. Das hat ja wieder gut geklappt, ne? Der Typ geht hier hin. Geht hier hin. Okay, er holt da ein Rohr. Ach, der baut weiter, okay. Jetzt wird da reingepumpt, oder? Ja, da hatten wir auch noch was, ne? Flüssigkeitstank, ja. Und hier haben wir Kanister. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie weit wir hier kommen. Aber ich muss erst hier bleiben. Siehst du, da liefen schon zwei rum. Nicht, dass da einer das Wasser mit hatte. Dann hätte ich nämlich ein Problem gehabt, oder? Schleim wurde geliefert, okay. Warte mal, da haben wir schon was reingedrückt, ne? Da müssen wir doch mal gucken, dass wir jetzt hier, äh... mit dem Graben da noch einen weitermachen. Dann können wir den da nämlich auch weiter runterdrücken. So. Dann kommt denn einer mit Wasser. Zur Seite kommt keiner. Wie sieht's mit Sauerstoff aus? Äh... Da? Aber hier unten noch ganz schön mau, ne? Aber ich glaube, das war hier auch schon mal schlechter, oder? Oder war's hier schlechter? Hm. Da ist Abzug. Ja, das müssen wir alles noch machen, ne? Aber mir ist jetzt gerade das Wasser wichtig, dass ich das sehe. Da kommt jemand, aber der hat keine Wasserflasche dabei, oder? Geht auch woanders hin. Wird hier abgebaut jetzt mal? Oh ja, tatsächlich. Und wer hat das Wasser? Wer auch nicht. Hier unten laufen jetzt welche hin. Einer davon auf jeden Fall Richtung Wasser. Hat 195 Kilo aufgenommen. Gucken, wo er das hinbringt. Zum Waschbecken. Okay. Ja, das war auch alles dann nötig, ne? Okay, da wird... was geliefert. Und da ist der Nächster. Franky holt Wasser. Warte mal, hier ist... Der Sand ist schon wieder voll. Ah, der kann... Der wird nicht leer. Was ist denn da noch dran, ne? Aha. Jetzt ist er leer. Ah, was macht unser Wasser? Nicht, dass wir es gleich verpassen und einer schüttet das da aus und wir haben ein Problem. Ja, das Wasser ist aber nicht nach da gekommen. Ich sehe keinen, der das Wasser mit hat. Ja, ist... Schwierig. Die sitzen auch gerade alle hier, ne? Und keiner weiß warum, oder? Hier wird auf jeden Fall ordentlich jetzt aufgeräumt. Was können wir hier reinpflanzen? Wie sieht's denn mit Essen aus? 50.000, ne? Das ist ja schon mal gut, ne? Hier haben wir schon alles so einigermaßen umgebaut, ne? Nur da geht's noch nicht durch. Diese Farm muss noch geändert werden. Und wieder keiner Wasser hingebracht, oder? Da oben gibt's zum Glück ein bisschen Sauerstoff noch. So, das ist runtergefallen. Organisch 579,2. Und das bleibt da wohl, oder? Sieht erstmal gut aus. Sonst löste sich das langsam auf, meine ich. Und das tut's jetzt nicht mehr. Ich glaube, das Ding funktioniert, oder? Zu wenig Ressourcen. Okay, da wird jetzt Schleim aufgenommen, ja. Und wird da reingesteckt. Und läuft dann auch wieder. Und produzieren wir Algen, ne? 3142 steht hier, 0,8. Aber... Ach, das muss erst ins Lager, oder wie? Ne, weiß ich nicht. Macht einer das Wasser auch noch? Ah, guck mal, hier ist schon weiter. Das heißt, wir müssen jetzt... Sind da Keime in der Ecke? Das haben wir auch gar nicht geguckt, ne? Oh, da sind tatsächlich hier Keime, ne? Das ist jetzt nicht mein Ding dann, oder wie war das? Nochmal den weg. Und dann können wir da drunter einen hinsetzen, ne? Hier einen hinsetzen, dann wird das kleiner. Hier muss noch Wasser einer machen. Einer eine Wasserflasche mit. Die Pumpe ist aber nicht schon, ne? Ja, doch, ist noch, geht noch. Aber mein Wasser wird langsam knapp. Da muss ich mich drum kümmern. Hier ist die Kohlendioxid... Die Kohlendioxid... Reinigung, ne? Oder doch nicht. Da ist ein Luftreiniger. Luftreiniger, da ist er. Also die laufen wunderbar, aber das Problem, was ich habe, ist wahrscheinlich... Dass die permanent und ständig Wasser brauchen, ne? Okay, aber wir müssen erst gucken, dass hier nicht eine Überflutung ist. Das hatte Mordrak schon gesagt, ne? Wenn man da nicht aufpasst, dann ist hier das Dingens... Da hat da einer so viel Wasser reingeschüttet, dass man ein großes Problem hat, ne? Aber irgendwas passt hier nicht. Machen wir mal gerade auf 9. Sind so gerade alle am Essen. Holt denn jetzt einer Wasser? Hier ist eine Wasserflasche. Er läuft da hin und läuft aber ne... Ah, da gibt's Wasser hier hin, ey. Für die Forschung. Da wird aber wieder Wasser geholt. Wollen wir mal hoffen, dass das das Wasser ist. Welches wir da brauchen, ne? Ich glaube, er kriegt das auch noch geregelt bis dahin. Nicht, dass er jetzt gleich irgendwie schlafen gehen muss oder sowas. Sehr gut. So, Autoabfüllung aus. Ne, lass mal noch so. Obwohl. Lass das alles reinpumpen, bis die Flasche leer ist. So, jetzt machen wir mal so. So, jetzt machen wir es aus und deaktivieren das Gebäude. So, jetzt haben wir auch den zweiten, das passend mit dem Wasser. Da bin ich ja schon mal glücklich. Okay, was haben wir hier für Optionen? Wir haben hier mal eine Blaupause. Da gibt's ein Hilfpaket mit Dornenblütensamen. Oder wir nehmen einen Dupe dabei. Kalorien gesenkt, Kreativität gesenkt, Dekoration, Moralbonus erhöht. Blumendufter da, da brauchen wir dann den. Den nehme ich gar nicht. Also der ist zu viel. Das hier wäre jetzt keine Mankos, die ich sage, die schlecht sind. Kochkunst erhöht, Nahrungsmoralbonus gesenkt, Keimresistenz erhöht. Ich würde den Duitpitz noch mal mit reinnehmen. Miep kommt zu uns. Jetzt nur die Freiwoche, weil wir noch ein Bett frei haben. Wahrscheinlich gerade nicht, oder? Ja, da steht auch eins. Dann lass uns mal schnell noch ein Bett bauen. Möbel da. Wo ist das Bett? Da ganz oben links. Stell das mal hier hin. Prio. Warte mal, wie sieht's da mit Sauerstoff aus? Bringst das? Ja, geht. Prio, Bett bauen, neun. Damit er auch schlafen kann, wenn er dran ist. So, dann haben wir hier noch ein paar Punkte, die wir noch gerade vielleicht machen können. Hier geht's auf jeden Fall. Ja, dann Schutzanzug, oder? Ne, hier unten ist noch was mit Herzchen. Machen wir das doch. Herzchen sind immer gut. Gut. Dekorieren. Meisterwerke. Mechatronik. Bedienung. Mach das erst. Okay, hier wäre er. Ja, das geht auch noch. Herzchen sind aber alle da schon. Landschutzanzugstraining. Und er hier, oh, ganz frisch, hat das erste Herzchen noch. Ja, komm, Landwirtschaft kriegt er dann, weil er da die Herzchen hat. Okay, dann würde ich aber auch sagen, machen wir erst hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit wir das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao. Heather Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020